... So... ... Klü! Komm schon! Klü! Das verschöppt mir etwa Zeit. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie, kommen Sie ja nicht näher. Nein! Sie widerliches Schwein! Was? Was haben Sie vor? Komm her, Kleine. Ich hab' dich. Ich hab' dich. Oh Mist! Zurück! Wer ist hier? Ich bring' dich hier raus, Kleine. Ich hab' dich. Ich hab' dich. Ich bin da los. Verdammt! Wo lang? Alles okay. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Ich hab' ihn im Visier! Ich hab' dich. Ich hab' dich zurück! Feuer einziehen! Komm her! Komm her! Komm her! Stopp! Ich hab' dich. Du kannst sie nicht retten! Selbst wenn du sie hier raus schaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickab in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte! Du würdest ihnen nur folgen. Seid vorsichtig. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf. So. Ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber... Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube... Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest dir gefallen. Ja. Hoch! Komm mal da! Wir sind fast da! Es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Hier. Ich helf dir. Okay. Na komm. Hey, warte. Ach. Ach. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und... Und sie hat gesagt... Setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte... ...viele Probleme mit dem Überleben. Aber... ...was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht schön bist. Aber es... ...schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Okay. Wir schauen jetzt mal. Ich fühle mich, dass... Dürfen, dass du dich nicht wirklich, dass du dich beim Reisen bist. Und was noch ein bisschen zeigen, wird es nicht soal! Was der Gerst. Ich frage mich, da als das Verlangen, r Excelsior. Ja, ich bin mir immer noch, wer? Ich bin mir da, ich hoffe. Ja, ich bin mir da nicht so, dass du dich bist. Also, dass du dich bist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020